Hallo und ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tom Clancy's The Division 2 Und ja, wir machen uns jetzt hier auf Was tut er das? Was tut er denn? so lebensfunktionen kritisch sich So ist das Anhörmagazin. Ja, spiel ab. Spiel doch ab. Feindliche Übertragung empfangen, hast du gerade gesagt. Dann nicht. So, hier hätten wir noch einen Nebeneinsatz. Der ist allerdings in dem Gebiet von Stufe 19. Da sind wir noch nicht. Oh, warte mal. Hier geht es in den Untergrönen. Waren wir hier schon mal? Nein, und da hinten kommen wir erst raus. Da hätten wir einen Haupteinsatz. Wir gehen runter, weil unten liegt immer Loot. Da liegt immer Loot. Hallo? Wieso kann ich manches hier nicht mitnehmen? Warte mal. Inventar. Ressourcen. Manches kann ich nicht mitnehmen. Das ist gerade schade. Da sind wir noch gut. So. ich brauche das was da drin liegt ich brauche das drin ich bin hier gelandet sollte man was dir überlassen was ist das eigentlich für ein komplex alles klar haupteinsatz alles klar ich habe nichts gesagt gern geschehen ja ja ich glaube wir müssen das theater irgendwann mal ausbauen aber ich bin gerade voller verkundung ich will erkunden ich will leute umbringen aber nicht dass das mein hobby ist wir sind bald schon wieder ab zugangsschlüssel entdeckt ich habe einen Was ist das? Dann lauf! Nicht? Dann nicht. So, ein Levelaufstieg, ne? Jawoll! So, wo wollten wir eigentlich hin? Wir wollten eigentlich da hinten hin, ja genau. Ähm, hier gibt's jetzt aber auch irgendwie noch einen Kontaminationsbereich oder was das ist. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Vielleicht kommen wir ja rein. Würde mich interessieren. Nehme mal mit. Sie betreten einen kontaminierten Bereich. Sie verlassen einen kontaminierten Bereich. Fragezeichen? Okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. Was ist das denn für ein Schloss, bitte? Was ist das denn für ein Schloss? Was ist das denn für ein Schloss? Was, sich nähernde Feinde? Das ist schlecht. Was ist das denn für ein Schloss? 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 Was ist das 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 für ein Schloss? Das hier war mal eine Goldmine für Plünderer. Wir haben schon zu viel von unserer Geschichte verloren. Egal. Hier gibt es eine Menge Informationen. Ich schicke es Ihnen rüber. Es wäre schön, wenn das da wieder in Ordnung käme. Seien Sie bloß vorsichtig, okay? Okay. Geht klar. Tragbares Gerät erkannt. Oh, warte mal, warte mal, was lilanes? Was lilanes? Das gibt es hier noch? Was ist das denn? Rüstung enorm erhöht. Also, naja, um 300 und die Linkspunkte jeweils um knapp 100. Die nehmen wir. Die nehmen wir. Ja, easy nehmen wir die. Der Rest sind jetzt alles nur noch Scheißwaffen, ne? Ähm, wir haben eine so eine Box bekommen. M1A Classic. Aha, in blau. Macht die denn mehr Schaden? Frage. Ja, also, dass sie mehr Schaden macht, das weiß ich, ja. Ähm. Nein, nein, nein. Oh Gott. Äh. Genau. Äh. Wie waren das? Markieren als. Favorit. So, jetzt haben wir da. Okay, wir haben eine. Ähm. Die würde von der Rüstung her auf 6400 hochgehen. Ähm. Ähm. Den nehmen wir. So, jetzt haben wir fast 2000. Ähm. Ähm. Wie kommt es gering. Wie kommt es gering. Trotzdem. Haltet euch von jedem mit Grippesymptomen fern. Du machst mir Angst, Alani. Gut. Genau das bezwecke ich damit. Mamo war im Oktober in New York. Der Ausbruch hat erst gegen Ende November begonnen. Hätte Mamo sich angesteckt, hätte sie längst Symptome gezeigt. Okay. Ich geh heut Nachmittag einkaufen. Denk dran, Trockennahrung und Dosen sind am wichtigsten. Es muss für einige Monate reichen. Ich hoffe, du hast unrecht. Ich auch, Tutu. Okay. Ja, es ist wie so ein, äh. 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 Ja, was wir halt hier aktuell haben, ne? Oh, ne, sagt mir. Oh, ne. Echt das? Okay, dann machen wir erstmal da hin. Ähm. Machen aber dann eine Schnellreise hier hin. Ich weiß, wir müssen auch wieder zum Weißen Haus, um da die Tech-Punkte auszugeben. Aber aktuell bringen die Tech-Punkte kaum was. Ja, also. What the fuck? Hallo. Es gab schon bessere Zeiten. Jetzt gehen die Vorräte aus. Ja, da hast du hier ein bisschen Wasser. What the fuck ist denn jetzt los? Ist das Wasser, oder? Ist das ein Sandsturm? Kann ich mir hier in Washington DC nicht vorstellen. Beim besten Willen. Das wäre eigentlich eine perfekte, der perfekte, äh, Ding zum Anzugreifen, ne? Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Ja, ich weiß, dass du mir gerade weg. Ja, ich weiß, dass du mir gerade weg. Lebensfunktionen kritisch. Nicht in die Position! Ich mach das! Wer ist die da? Registriere zusätzliche Handkontakte. Das ist eine Suchlinie! ich sehe absolut nichts wahrscheinlich die gegner die sind wahrscheinlich natürlich mehr als ecke das ist ja die KI so jetzt müssen wir hier runter dazu müssen wir die Straße ich sehe gar nichts hier runter folgen wenn ich wieder rauskomme im weg dass das behoben ist ja alles ja also thema regen und so oder sandsturm was auch immer das hier ist guck mal hier unten total still kommt jetzt hier eine barrikade ich sehe hier auch gar kein loot ne also da gibt es jetzt wir können die material nicht einsammeln wo ist denn dieser scheiß tag da da wir sind direkt davor dark zone schlüssel ok krass ich würde noch gerne wissen wo die dark zone ist und und wird das ja immer noch nicht besser naja gut ist schon ein bisschen besser auf jeden fall aber gut hier gibt es noch einen kontrollpunkt ich weiß wir müssten zum weißen haus aufbauen aber hier gibt es noch einen kontrollpunkt und dann gibt es hier noch eine shd wir machen erst die shd tech aber die bringen jetzt aktuell sowieso kaum was also die tech sind nicht wirklich weil das wichtigste haben war für uns schon gedingst das aber du hast du hast Ich bin nur mehr. Ich bin nur mehr. Hey, Hygiene! Ich verrucke deinen Bauch. Ich bin nur mehr. Ich bin nur mehr. Ach, Leute. Könnt ihr überhaupt was? Nein. 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 Hallo? Wir könnten jetzt in dieser Folge noch zu dem hier aufmachen. Und dann überlassen wir Zukunfts-Phanto diesen Kontrollpunkt. Und dann kann er sich nur um den kümmern und um die zwei Fragezeichen, die hier sind. Das überlassen wir Zukunfts-Phanto. Wir machen jetzt noch... Ich wollte das eigentlich markieren. Äh... Da kann man auch aus der Entfernung super sniper, ne? Ja. 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 tschung wollte nur mal ein waschbären killen aber irgendwie scheint das netze funktionieren zumindest netzer wirklich so so da hinten im wald ist er die mache ich gut der match also ich mag die also als kleiner sniper ist die wirklich also deswegen nur kleine sniper ich warte eigentlich auf die präzision schützengewehre aber irgendwie nada 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 ich habe nur zwei magazine für euch gebraucht hat nur ein schuss losgelassen leute das wirklich ein ist das ist das the air force one are you fucking kidding me are you fucking kidding me keine anbord ist auch noch anbord stay out ok nehmen wir mit hier jetzt gelandet capital hill das ist kapitel gott die karte kann man auch drehen ach du scheiße ach du scheiße damit kann ich nur scheiße anstellen so ich würde sagen zukunftsfanto kann sich darum kümmern zurück ins weiße haus zu gehen und die zwei kontrollpunkte hier noch zu erobern wir also ich vergangenheitsfanto beziehungsweise gegenwahrtsfanto der verabschiedet sich jetzt erstmal das trittet union area american history museum airspace museum acht nicht entdeckte orte ach der ist so gesehen gesperrt weil genauso wie der dann fünf nicht entdeckte einsetzer okay gut judiciary square da können wir schon mit stufe weiß ich nicht 26 brauche ich hier weiß nicht 23 können wir da schon rein marschieren so und darum kann sich dann zukunftsfanto später auch darum kümmern bis dahin würde ich mich verabschieden tschüss 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 tschüss